Ich bin Börserin und habe ein eigenes Studio. Ich bin semi-professioneller Footballspieler für die Bolzano Giants. Ich bin vom Beruf Fitness- und Personaltrainerin. Ich bin Biologin, habe mich auf Zoologie spezialisiert und befasse mich in Australien mit kleinen Säugetieren. Ich bin eine Streamerin, das ist ähnlich wie ein YouTuber, aber es ist Album live. Ich übertrage das live durchs Internet, wie Videospiele spielen. Als Beruf bin ich Bestatter. Ich bin Buch- und Lifestyle-Bloggerin. Ich bin Buch- und Lifestyle-Bloggerin. Ich bin Buch- und Lifestyle-Bloggerin.